Sooo, und weiter geht's mit Geilbrush Threepwoods, dem mächtigen Piraten. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr, weil es ist ja zu lange Pause dazwischen. Ich glaub über fast zwei Stunden ist jetzt Pause dazwischen. Ach nee, 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 ich brauchte hier irgendwas Scharfes. Richtig, nein. Ja, ob ich ne Nagelfeile oder ne Werkzeugfeile habe, könnt ich sag nur JA. Was sagen die da? Ich hab jetzt grad nicht aufgepasst. Skum. Schmierfett. Was zum Sooo, ja, komm. Ich hab jetzt überhaupt nicht aufgepasst, was die jetzt erzählt haben. Ich warte, dass der Koch rauskommt. Ich werd das Gefühl, dass er irgendwas in der Küche machen muss. Warte, wer toll wollte irgendwas sagen, was gut aussieht, aber sinnlos ist, ne? Sollte überhaupt, du machst die Küche rauskommt. Das würde heißen, dass ich in der Küche fertig bin. Okay, er ist auf jeden Fall da. Ach, scheiß drauf. Da, er kam raus. Was? Nein. Ein ganzes Video warten, bis der Koch rauskommt, ey. Ich könnte jetzt schon erbrechen. Mit den Kamel, die die verwecken sind. Kabel auf Spannung. Kabel auf Spannung. 10 Uhr. So, haben wir hier noch was mit Pfeilen? Ja, ja, ja. Boah, komm, Lava, kein. Ja, das ist ja jetzt schon bekannt, was da steht. Hm, was haben wir denn hier noch? Ja, nichts. Niente. Nada. Nihil. Hm, schauen wir uns noch mal im Haus der Gouverneurin um, vielleicht finden wir ja noch was. Ich hoffe es. Ne, das sah immer schon so aus. Ich brauche eine Pfeile. Keine Zeit zum Lesen. Ne, hier ist sonst nichts mehr. Okay, ich brauche auf jeden Fall die Pfeile. Also ohne Pfeile ist hier nix. Oh Mann, 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 Haben wir hier was drin? Nein. Zur Torbogen. Hm. Ah, vielleicht finde ich was bei der Voodoo-Dame hier. Ah, super. Was? Was sind die Katzen knöllen? Ach, knöchel. Ich habe Knöllchen jetzt irgendwie gedacht. Aber Gott sei Dank ist die Voodoo-Dame. Die Voodoo-Dame. Hm. Irgendwas wollte ich doch jetzt machen. Ach ja, genau. Ne, der meckert dann rum. Mal gucken, was passiert. Ja. 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 So, jetzt ist die Ratte weg, und jetzt? Und jetzt? Mal schauen, ob die gleich wieder da ist. Das überlege ich nämlich gerade. Zurück, ob die wieder da ist, ne, die ist weg. Ah, ich habe noch ein bisschen Zeit. Zwei Militchen, zwei Militchen, extrem. Oh. Da ist die Ratte. Tja. Also, ich muss wohl echt erst, äh, ne, das andere erledigen. Na, schon, stellen wir jetzt einfach mal wieder da hin. Okay, mit dir kann man wohl nicht mehr reden. Was hat er denn noch hier? Okay. Ich bin immer noch so im Überlegen, was das mit den, mit der Karte auf sich hat. Schau an, Mond. So, ich muss jetzt auch gleich wieder Schluss machen. Oder bis heute Abend. So, ich verabschiede mich. Bis später, sag ich mal. Ciao.